Hallo! Fossilien, wie ich sie mir vorstelle, aus dem Computer mit Phasendiagrammen von Dynasys erzeugt und dann mit der Freeware Photofiltre bearbeitet. Interessant ist, dass durch die einfachen, sage ich mal, geometrischen Beziehungen hier so organische Formen oder so. Zum Beispiel hier sieht es aus wie so eine Puppe, dann hier die so segmentiert, hier so spiralförmig, was da entsteht aus ganz einfachen mathematischen Beziehungen. So, dass man sich das eigentlich vorstellen kann, dass das aufgrund von Regelkreisen und Rückkopplungen entsteht, tatsächlich diese organischen Formen. Sehr schöne Versinnbildlichung. Ich würde es noch mal ein bisschen einfach ablaufen lassen zum Genießen. Dankeschön!